Willkommen zu einem neuen Video auf meinem neuen Kanal mit zwei Abonnenten, keine Ahnung. Heute spiele ich World of Warships Blitz und zwar auf dem Handy. Das Spiel ist genau wie praktisch gesagt, ihr kennt das auf dem PC, oder? Das ist genau das gleiche. Neptun-Schatz. Ich glaube, da gibt es neue Schiffe oder sowas. Was befindet sich hier? Neptun-Schatz. Also, okay, hier wird es noch schon. Dreizack, Herausforderung, Gefechte. Okay. Teil für die Gefechte mit der Waymang. Äh, ja, ich hab das einfach so ausgesucht. Wieso mache ich das nicht mit der Waymang? Ja, es ist doch nicht Waymang, sondern Langway. Das ist ein amerikanisches Schiff. Das war ein amerikanischer Flugzeugträger, der ist aber untergegangen. Ihr kennt vielleicht die Missouri. Ehm, ein der Filme, zum Beispiel Battleship. Genau dieses Schiff ist dabei. Deswegen. Ähm, nicht wundern, das ist über Onlet Arcade. Ja, also Onlet Arcade. Kann zwar auch aufnehmen, aber grad kein Lust. Hier, Langlay-Kinti-Hoscho. Ja, ein guter Name, jo. Hoscho. Das ist aber ein guter Name. Hoscho. Wieso heißt da einer Hoscho? Das ist echt komische Name. Ganz ehrlich. Ja, ich kann da nichts machen. Ähm. Gefichtsstation. was soll denn das sein ich bin ja ich bin ja ich bin ich darf mich nicht treffen gegnerische flugzeuge kommen ok wir sind gesichtet ich glaube ich gehe beim angriff die phoenix die phoenix wird angegriffen und die kuma ich muss mich leider herzureißen ich bin hier ein flugzeugträger deswegen angriff beginnen so die greift noch andere schiffe an so ich muss achten ach d 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 wollte ich nicht ja